Ja, ich hab jetzt schon mal begonnen. Okay, sehr schön. Genau, ich bin wieder mit dabei in der Aufnahme von Puffin. Und wir versuchen jetzt gerade den Überlebenskampf vom letzten Mal. Genau, wir sind gerade hier am Überlebenskampf. So bist du da vorne schon wieder. Welle 1 haben wir schon geschafft. Und ja, wir versuchen nochmal unser Glück, ob wir dies noch bis Welle 10 schaffen. So, natürlich. Sollten wir aber irgendwie. Ich meine, wenn wir einfach nicht zu weit rausgehen, dann sollte eigentlich nichts passieren. Ja, und ich muss halt halt immer gucken, ob die von den Dingenswomens kommen. Also von der rechten Seite übers Fenster, oder durchs Fenster. Ja, ja. So ab ca. Welle 5 sollten die da schon kommen. Oder, ne, warte, die waren über 1, waren die schon. So. So, ich hab einen. So, der kommt hier. Da kommt einer und über die Mauer. Oh, fuck. Wo sind die? Die Mauer. Ach da. Fuck, fuck. So, weg mit dir. So. Okay. Die kam jetzt auch schon wieder durchs Fenster, ne? Also es... Ja. Wir können es auch nutzen, wenn die sich bei dem LKW festgepackt haben, dass wir schon die Waffen einsammeln, ne? Ja. Und den ganzen anderen Spaß. Ja. So, wir haben es geschafft. Okay. Sehr schön. Aber es geht viel schneller als alleine, ne? Alleine dauert es so viel länger. So. Aber das Geil ist ja mal am Ende kriegt man 30.000, das hat ziemlich vieles. Ja. Warte mal, ich bin trotzdem noch mal kurz. Das nehme ich mit. Und das nehme ich auch mit. Und jetzt verrümmel ich mich wieder. Ja. So, mal gucken, wo die kommen. Ob die ist auch wieder von da? Ne, die kommen von vorne. Warte mal. Ah, sind die Assi da? Warte. Oh, fuck, muss nachladen. Muss jetzt eigentlich noch mal jemand kommen? Oh, gut, die sind ja hinter dem LKW. Ja, ich glaube gleich, wenn wir die töten, dann kommen die Nächsten. Muss mir nur Bescheid sagen, wenn du die Haftbomben. Ja, ich bin jetzt gerade hier schon beim LKW. Ja. Nicht, dass ich dann voll... Die Haftbomben, die habe ich da nicht. Aktiviert, aber nur, dass ich mich da nicht direkt... Nein, mein Gott. Bist du gestorben? Ich bin da festgewargt in dem scheiß LKW. Ich haut dir zu. Ach, du heilige. Oh, Gott. Soll ich mich? Oh, Gott. Ich bin überfordert. Fuck. Okay. Geh schnell hinter den Dings. Irgendwo versteck dich schnell. Ja, gut. Ich glaube, allein. Fuck, das schaffst du. Geh schnell hinter. Da, wo ich mich verstecke. Nein. Ja, genau. Schnell dahinter. Sehr schön. Oh, fuck. Aber das solltest du eigentlich schaffen, wenn du dich gut versteckst. Von rechts könnten welche kommen. So. Fuck, muss ich mich wieder. Ah, du hast die scheiß Waffe, ne? Ach. Dann geht's eigentlich ganz gut. Ah, ist okay, ne? Ja. Machen die denn? Ja, okay, dann nimm die. Oh, fuck. Aber solltest du gleich geschafft haben. Warte mal. Weiß gerade nicht. Und erstmal Snacks. Wenn du Deckung gleich gehst, ist es besser. Dann hast du deine Gesundheit wieder bisschen aufgenommen. Warte. Warte. Wenn du in Deckung gehst, dann geht es schneller mit dem. Ach so. Warte. Genau, dann muss man kurz gucken. Das ist nicht so lange, wüsste das nicht. Ach da. Da darf ich sehen. Warte, warte, warte. Kommst du mal hoch. Jetzt habe ich den. So, die andere sind wir beim LKW oder was? Ja, und da musst du richtig aufpassen, weil ich da einmal gestorben bin. Ist ja, ich stelle mal mehr Schaden, später mach mit ihren Waffen. Warte. Ich sehe bloß vorsichtig da. Ja. So, ist er wieder volle Muni. Wo, wo bist du? Da steht schon einer. Wo ist der andere Heini? So. Das wäre es. Sehr schön. Sehr schön, Welle 3. Kannst du... Ja, ich wusste, dass ich schon wieder sterbe, ey. Verdammt nochmal. Aber kannst du jetzt nochmal irgendwie mit reinkommen? Oder... Ja, ich bin ja wieder drin, ne? Ach, du bist jetzt wieder drin. Das ist ja das, was ich letztes Mal gesagt habe. Ach, halleluja. Wenn einer es schafft zu überleben... Ach, ja stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Ne, ist nicht schlimm, jetzt weißt du es. Ja. So. Und ich finde, es ist einfach die beste Karte. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht könnt ihr da mal in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefällt. Warte, 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 warte. Aber das ist einfach so die beste Karte. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich hier zu verstecken. Warte mal. Und auf den anderen Karten ist das Ganze nicht so einfach. So, ich werde jetzt aus meinem Versteck nicht mehr rausgehen. Verdammt nochmal. Jetzt reicht es. Ich hatte die Frage, ob die zuerst rausgehen oder nicht, ne? Ja, das ist... Also später werden die sowieso hier hinkommen. Das weiß ich. Weil da so viele dann spawnen werden. Warte, ich gehe mal kurz von rechts hinten. Ja. Und ich komme hier von vorne und hoffe, dass ich nicht sterbe. Problem ist, wenn wir jetzt... Ach, die stehen da alle hinter dem Auto. Ja. Warte mal, warte. Oh, äh, Helikopter kommt schon. Okay, müssen wir ganz schnell. Und die spawnen hinten gerade mal schon wieder. Ja. Warte. Fuck. Die Chillen hier gerade noch hinter der... Ja. Warte. Oh, ne, ich gehe zurück in meine Weckung. Das reicht mir. Sonst sterbe ich gleich schon wieder. Okay, ich kümmere mich. Ich kümmere mich um die... Du bist weg, ne? Ja, okay, warte. Ach, da ist noch einer. Warte. Moment. Nein. Ich kann der Helikopter hier durch die... Ja, du musst aufpassen. Du musst aufpassen bei dem Heli. Hm. Ich gebe... Nur gucken. Warte, die bewegen sich gerade beim LKW. Warte, ich möchte mal dieses Auto hier weghaben. Warte mal. Sind ja... Oh, warst du das gerade? Ja, genau. Ich habe das Auto. Ich wollte das Auto weg haben. Ah, der Heli. Warte mal. Was sind die... Aber jetzt sehe ich gar nichts mehr, weil das Feuer hier nicht ausgeht. Der Heli kommt? Ja. Oh, der ist auf der rechten Seite. Ich habe das schon wieder so ein Gefühl, dass ich hier gleich sterben werde. Weil ich sehe die Leute nicht und der Heli und... Warte, 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 warte. Ah, der Heli muss halt einfach mal... Mal. Was sind der? Warte, ich versuche es mal von rechts. Da, warte. Ich habe ein Heli. Ja. Ja, warte. Ich habe so ein bisschen den Pilot eliminiert und... Hoffentlich auch jetzt mal, warte. Junge. Ja, ich wusste, dass wir schaffen es. Also warte, warte. Ach, sag mal. Ja, ich habe ein Heli. Sehr schön. Ah, einer ist noch bei dir. Ja, ich würde erst mal mal kurz mir die Munition holen und dann würde ich mich um den... Ja, das mache ich auch gerade. Ja, weil das müssen wir wahrscheinlich dann auch machen, weil da hast du nämlich mehr Zeit. Ja. Und die droppen übrigens auch Snacks, ne? Ach so. Das ist ganz geil, da musst du die nicht immer neu holen. Ach so, warte. Fangen wir mich gleich um meinen Freund. Warte. Und der? Der ist hier drüben. Ach, der ist jetzt... Geht's rüber. Äh, geht rüber. Das wär's. Sehr schön. Welle 4. Super. 30. Hat er trotzdem mehr Kills als ich. Naja. Aber gerade hattest du mehr. Du hattest... Verdammt. 6, 12, 12, 18, ne? Ich glaub, ja, gut, du bist ja auch dann gestorben, ne? Aber später, ich werd nicht mehr auf uns versteckt, den Fehler werd ich nicht mehr machen. Ja. So, warte, jetzt geh ich mich wieder hier rechts. Da muss ich halt gucken, ob die kommen. Okay, die kommen von da vorne. Fuck. Einer kommt hier vorne lang. Ja, der ist schon bei mir. Ich hab ihn getötet. Ich kümmere mich um die rechten. Wo kommt der Nächste? Die von der rechten Seite kommen. Ey, das ist ganz gut zu zweit, ne? So, den kann man die ganze Zeit so spoten. So, warte. Hast du den? Okay. Ey, wenn die liegen, ne? Die können auch schießen, trotzdem. Oh fuck, jetzt kommen die. Warte. Die kommen jetzt, oder? Ja, wir kriegen das ja nicht. Oh fuck. Warte, warte, warte. Ich seh die grad bei mir nicht. Ich seh, ich werd angeschossen, aber ich seh die nicht. Okay. Ach da, und da? Hä? Da trefft, warte, da hab ich ein, zwei. Warte. Da, warte, 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 warte. Weg. Ey, das Auto, das ich muss das dann nochmal wegsprengen, ne? Ja, das ist absolut im Weg. Warte. Das ist komplett. Dann warte, wir haben jetzt noch. Oh fuck. Sind hier wieder hinter dem Ding, jetzt, dann werde ich mich mal kurz hier um meine Dingeswomens kümmern. Hm. So warte, soll ich mich um die Hinteren kümmern? Ja, kannst du, ich werd mal kurz gucken, dass ich das Auto hier wegsprengen. Ja. Aber das krieg ich irgendwie grad nicht hin. Vielleicht ein bisschen. Ach so, es kommt ein Auto, es kommt ein Auto. Ja. Ja. Warte, 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 wo kommt das? Oh. Ah, sehr schön. Welle 5. Ich meine, wenn ich weitergekommen bin, ist das beste. Und paar mehr Kälte habe ich, aber ist okay. Zehn Wellen gab's, ne? Hm. Zehn Wellen, am Ende Preisgeld von 30.000, oder? Okay. Und ein bisschen RP. Ich muss sagen, der Hubschrauber ist irgendwie so mein Safe Place. Weil der, also den kannst du wirklich taktisch irgendwie um die Hubschrauber. Und man kann halt hinten auf den Schwanz schießen, dann stürzt der sofort ab. So, ich bin wieder hinten. Ich guck, ob die von der rechten Seite aus kommen. Okay. So, die kommen links. Jo. Das seh ich auf jeden Fall. Oh fuck. Oh. Das ist nervig. Wie denn? Ich komm hier grad noch ein bisschen raus. In der Hoffnung, dass ich die sterbe. Ja. Das ist also richtig gemein. Da ist sie dort. Weil du weißt nicht, ob da oben wartet, die kommt. Neue Welle. Shit, ich geh zurück in die Versteckung. Da kenn ich gar nichts. Achtung, Auto kommt. Mhm. Zwei Autos kommen. Ja. Wie sind die denn? Oh fuck. Warte mal, ich muss bei der Versteckung gehen. Ich brauch Snacks. Ja. Ist besser, ne? Ach man, wie ging das nochmal? Fuck, die kommen. Mit M. Mit M. Mit M. Mit M. So. Bin wieder da. Zähne schon. Geh weg. Nein, ich will kein Kuh haben. Warte mal. Die Machen hat auch mehr Schaden, ne? Ja. Und deswegen dringend aufpassen. Das ist ganz wichtig. Warte mal. Kommt da. Ist da noch einer? Da würde ich nämlich nochmal kurz. Ne, sind zwei. Warte mal. Und ein Auto kommt. Fuck, okay. Okay. Sehr schön. Welle 6. Wie viel hab ich jetzt? Aber letztes Mal klappt das auch sehr, sehr schnell. Warte mal 8, ne? Ja, ich glaube, waren wir Welle 7? Ich dachte... Ja, wir sind jetzt Welle 7, ne? Ne, Welle 8 haben wir. Bis Welle 8, dann sind wir gestorben. Ach so, bis Welle. Wir waren sogar Welle 8, ach so. Ja, wir waren Welle 8. Ach Gott. Ist ja auf jeden Fall ein gutes Team. So kann ich auch viel sagen, ne? So. Shit, ich bin viel zu spät. Ja, ach so. Oh, die kommt von links, die kommt von links von deiner Seite aus. Warte, ich hab hier einen. Oh, das war dumm von mir. Oh, du kannst den 5 Headshots geben und trotzdem... Hm, ja, die werden... Der muss ich verlegen. Oh, Hubi. Wir haben Hubi-Schraubi. Hm. Oh, fuck. Komm, ich hab ihn das hin. Und die kommt auch von der Seite. Aber du hilfst mir da hinten, ne? Ja, ich bin grad auf der rechten Seite. Da hab ich grad so mit zu tun. So. Warte. Was seh ich schon wieder nicht? Warte, wir haben zwei Hub-Schraubi. Ich bin hier grad bei dem Bus, also auf meiner Seite, auf der linken Seite. Ja, okay. Ich hab einen Granaten. Ich glaub, hab ich einen. Ey, wir haben's schon geschafft, ne? Nur noch die beiden Hub-Schraubi. Krass. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich hab hier irgendwo... Warte mal. Nein, ich bin tot fast. Ich bin fast tot wegen dem Hub-Schraubi. Ey, das ist nicht normal, wie viel Schaden macht der. Das ist sehr unfassbar. Warte. Ich dachte, ich hätte irgendwo Granaten der Vorder-Augens in der Richtung. Also, ich versuch's jetzt mit der Gefechts-MG. Ich nehm's auch mal die MG. Warte mal. Warte mal. So, einer ist down. Ja, ich schwöre mir noch einen. Und ja, wo ist denn der? Wer kommt jetzt hier rechts? Warte mal. Ist der von rechts? So. Ja, das war's. Okay. Halleluja, Welle 7 haben überlebt. Oh Gott. Oh Gott. So. So, wir müssen jetzt ganz schnell. Ich brauch Panzerung. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaub, du hast übrigens eine, da wo du die Snack essen kannst, ne? Da hast du auch noch welche drin, glaube ich. Okay. War bei mir zumindest so. Achtung, wir haben wieder hier Timer. Fünf Sekunden, aber schafften wir. So, jetzt sind wir gestorben beim letzten Mal. Super. Ich glaub, die kamen von rechts. Ja. Ja, jetzt diesmal. Mal links, jetzt diesmal. Warte, der steht wieder auf. Oder der stand nicht mehr auf. So. Die kommen wieder, ne, die hängen gerade beim LKW wieder, ne? Ja, die hängt schon wieder. Also die Frage, wenn wir jetzt rausgehen, ob wir nicht von der rechten Seite spawnen. Ich weiß nicht, ob die. Ich glaub, das ist mir letztes Mal passiert, ne? Das, also, das sind nicht, dass die gesponsen sind, sondern das ist mich einfach umgebracht haben, als ich zu nah da rangehen. An das Scheißding da. Okay, einer ist, äh, oh nee, wenn ich da jetzt zu nah rangehen, ne? Ja. Das baut ihr doch schon wieder. Ja, klar. Das baut die da. Ja. Und, fuck, ich schnell zurück. Warte, oh fuck. Einer ist da drüben, ich glaub, hinterm Zaun. Ich hab's nicht mehr, ich hab's nicht noch mal. Warte, äh. Ich hab ein, warte mal. Ich glaub, ich hab die jetzt alle down von der rechten Seite. So, jetzt kommen die vom, vom Auto. So, den hab ich weg. Der ist auch weg vom Fenster. Ja, da ist noch einer. Ja. Genau. Und wir, die spawnen gleich noch schon wieder hier. Ja. Warte. Aber wir haben's schon bald. Ich denk auch. Ich suche noch den einen auf der rechten Seite. Da ist noch irgendwo einer. Und ich weiß nicht wo. Komm, der macht ab. Ach so. Okay. Ich sag der noch einer. Der ist down, der hat sich festgepackt bei den, bei den Autos. Fuck. Da kommt ein Auto, zwei. Wirklich? Zwei Bullis. Zwei volle Bullis. Und ich bin kurz. Fuck. Nein, spring doch nicht da hoch, Junge. So. Ja, warte mal. Ich brauch auf jeden Fall Panzerung. Und wie sieht's bei dir aus? Guck mal, ob du da welche im Menü hast. Weil da hab ich extrem viele. Warte. War das bei Gesundheit und Munition? Panzerung? Ja. Ja, schwerste Fall. Ah, ich hab auch ganz schön viele. Okay. Ja, das war's. Ja. Okay, Welle 8 haben uns geschafft. Oh Gott. Wir haben's fast geschafft, ey. Ach, Scheinkleister. Oh Gott, ich hab ganz schwitzige Hände. Ich hab ganz schwitzige Hände. Oh Gott. Ich bin, mir geht's noch. Ja. Ja. Ich mein, die können ja sehr gerne mal so drei Hubschrauber einfach nur bringen. Ich glaub, das war einfacher. Ich hab ne Minigun. Die ist fucking gut für die Dings. Für die Hubschrauber. Ach so, sieben. Sechs. Fünf. Ja. So, zwei, eins. Ich hab Angst. So. Eins. So. Die kommen von links, die kommen von deiner Seite. Ich guck mal, ob die rechts... Warte. Die gehen wieder, die sind hinter diesen LKW, ey. So, einen hab ich erledigt. Jetzt kommt der vor. Die kommen vorgelaufen. Also noch seh ich keinen. So, jetzt bist du down. So, warte. Der eine hängt beim LKW. Mehrere, ne? Mehrere, ja. Aber ich würde warten, bis die nächsten kommen. Ich würde jetzt noch nicht rausgehen, ne? Fuck, das bauen wieder welche. Ja, ne, ich geh noch nicht raus. Ich geh, ich geh wieder zurück. Warte. So. Oh, fuck. Ah, weg mit dir. Oh, warte mal. Ich bin da keine Panzer rum. Warte mal. Na, die Frage, soll man rausgehen? Ja, das ist einer mit einem Minigun. Fuck. Ja, tatsächlich, das ist einer mit einem Minigun. Oh, Gott. Die Frage ist, bauen gleich noch welche oder nicht? Ja. Ich hab jetzt zum Beispiel. Dann, ich geh mal von hinten. Okay, ich hab hier für einen gerade gar keine LP bekommen. Okay, ein Auto kommt. Meine Minigun ist schon alle. Nice. So, warte mal, dann nimmst du den letzten. Ja, ich gucke. Aber pass auf, dass du nicht stirbst. Ja, hab's. Sehr schön. Welle 9. Schon bei der letzten Welle, ne? Heilige. Aber das ging gerade, ne? Also die fand ich jetzt gar nicht mal. Ja, das ging sehr gut. Das ging sehr gut. So, 12, 10. Wir sind jetzt bei 10 Sekunden. 9. Ich sammle hier gerade mal noch ein paar Minigun ganz auf. Und jetzt komm ich aber. 4, 2. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt von rechts oder von links kommen. Also ich hab rechts. Einmal von mir. Und von dir, von deiner Seite kommen viele. Ja. Ja, wir kriegen das hin. So. Einer kommt da rechts rüber. Ja. Den hab ich dann auf dem Schirm. Dann hab ich... Oh, Mann, schockt doch mal, Kollege. Okay, der ist anscheinend tot. Die wollen einfach nicht rauskommen, ne? Das ist unfassbar. Okay, es bauen wieder unten Helikopters. Das bauen verdammt nochmal. Warte. So, ich hab jetzt meine. Nicht alle. Jetzt hab ich die weg. Warte. Ich geh zurück in die Deckung, ey. Oh. Fuck. Warte, ich muss mal kurz M. Gesundheit. Ja, hier kommen jetzt zu viele. Ich geb mein Bestes. Warte. Das Schöne ist, sie können nicht so schnell rennen, ne? Ja, stimmt. Wir haben auch viel Panzer, aber wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht. So. Ist ja ein bisschen kompulenter, die Leute. Beim Heli müssen wir jetzt aufpassen. Ja. Aber dafür hab ich ja die Mini-Gun, ne? Guck dir das an. Warte. Warte. Das ist ja nice. Komm, ich geh hier rechts drüber. Da muss ich mich nicht um die kümmern. Warte mal. So, ich bleibe dieses... Was ist denn der Heli? Dieses Kack-Ding da jetzt weg, ey. Heli! Ich geh den Heli nicht. Ja, der kommt. Oder? Kommt er oder nicht? Pass auf dich auf, ne? Ja. Ich glaub, der ist schon weg, der Heli. Oder auch nicht. Ja, das wär's schon. Achtung, die kommen. Ja. Ja, warte. Yay. So, wir haben noch einen. Okay. Warte. Wo ist der denn? Ne, ich glaub, das war's. Wir müssen jetzt warten, bis die Missions-Wendel ist. Ach so. Ich glaub, wir haben's, ja. Nice. Jo. Das war nice. Warte mal, das war der Überlebenskampf, ne? Ja. Ach, geil. Wir haben's geschafft, gell? Ah, schön. Super. Aber muss der, also was heißt, strategisch vorgehen, aber... Ja. Ist schon in Ordnung, ne? Und ich hab ne Auszeichnung gekriegt. Ich auch. Rockstar. Nice. Gehen wir freien Modus? Weil ich geh die anderen nicht. Ja. Vielen Dank.